der bus kanal und zwar heute tops oder wie ihr schon sehen könnt star wars rogue one und zwar die offiziellen sammelkarten von disney und tops oder von tops und disney kann ich euch jetzt gar nicht sagen habe ich mich nicht so informiert auf jeden fall steht hier tops und runter disney kooperationen wie auch immer et cetera film ist ja schon draußen klasse film trennen auf jeden fall und ja dachte ich mal habe ich beim vorbeigehen gesehen dass es jetzt auch die star wars rogue one sammelkarten gibt was mache ich natürlich gleich mal zwei booster oder ein paar mehr also auf jeden fall gleich mal ein paar booster geholt also dann wollen wir mal sehen 210 sammelkarten fünf pro päckchen wie immer dann gibt es einmal in jedem es gibt in den päckchen holo karten halb transparente karten sticker karten und natürlich die limitierten karten und ja zwei booster mache ich jetzt auf jeden fall mal auf und dann schauen wir mal was uns erwartet dann schauen wir mal uns was uns erwartet vom aussehen her bis dann ok jetzt die karte nehmen auch mal die rückseite stehen noch mal der name noch mal ein bild und natürlich star wars rogue one gut fangen wir mal an dann haben wir einmal direktor greenwich also vom bild oder vom cover her schon nicht schlecht gemacht hier muss schon sagen wenn man es schön erkennen kann da habe ich auch schon erst mal meine erste power karte die kommt gleich und dann habe ich hier noch kate er so und kommen wir gleich mal zu unserer halb transparenten karte ich schaue mal hinten noch mal auf die legende in jedem sechsten päckchen nicht schlecht also sieht richtig nice aus muss man sagen direktor greenwich sieht richtig nice aus hat was auch noch mal hier mit dem gesicht drauf auf der rückseite und alles ok zweites ach ja und falls ihr dann wieder fragt warum ich nicht jeden namen perfekt aussprechen kann das liegt einfach nur daran dass ich nicht der mega star wars fan bin mir gefallen die sachen ja ich bin aber nicht der mega star wars fan auf jeden fall ist hier ein puzzleteil dann einmal sturmtruppler also ein bisschen kenne ich mich aus das war es dann aber auch schon aus dem movie nochmal ein puzzleteil und die puzzleteile von hinten aussehen aha das finde ich auch nicht schlecht hier sieht man welches puzzleteil man gerade besitzt warte mal da habe ich auch noch mein puzzleteil genau da sieht man welches puzzleteil man da von besitzt und welche einem noch fehlen und hinten ist das ganze bild ein einfach schon mal drauf finde ich sehr gut gelöst also muss ich noch die 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 und die und die und die und die karte haben dann hast du das ganze bild nicht schlecht und kommen zur power karte transportläufer ok zweites booster war schwach eine holo karte die zwei puzzleteile sind cool wollen wir sehen wie weit man damit kommt ob man überhaupt mal überhaupt so ein bild irgendwann mal zu ende kriegt nach wie viel bussen 10 20 30 50 bussen und das highlight natürlich die halbtransparente karte und ja das waren jetzt mal zwei booster überleg mir ob es noch weiter geht cool sind sie halbtransparente die puzzleteile sind cool ja ich hoffe sie wird dadurch trotzdem gefallen zu den neuen oder was heißt neun fast neun star wars rogue one sammelkarten und ja zwei booster mal geöffnet zum anschauen zum schnuppern sozusagen naja wünsche ich trotzdem noch einen schönen tag schaltet wieder ein bis zum nächsten video euer boost kanal